Herzlich Willkommen zu Shadow Masters. Wir gehen rein, versuchen es auf jeden Fall. Ich bin schon wieder nicht im OK, alles klar. Und jetzt spiel. Ah, perfekt. Muss mal sehen, wir spielen alle PS1-Spieler an. Um das nochmal zu erwähnen, wir haben hier einen Ego-Shooter und wir sind auf dem Quad. Damals haben sie sich noch Sachen getraut, vor allem Psygnosis, von denen das ist. Komm, wir gehen einfach mal direkt rein. Genau, du bist auf den Quad und musst auf Gegner schießen. Steuerung wohl miserabel. Grafik bombastisch für Ende 97. Oh ja. So, L2 und R2 ist wohl genau. Das eine, das nach unten schauen. Was, knabbert mich hier eine an oder was? Nö. Hat sich so angehört. Erinnert so ein bisschen an Charme, dieser Kreis hier. So, Ixo schießen. Viereck ist mit einer anderen Waffe schießen. Oh, und wir haben hier ein cleanes UI, ne. Also hier, hast du da kein Menü oder irgendwas? Boah, Grafik Hammer. Steuerung wurde super, super. Oh, okay. Aber, wie, aber. Okay, den einen haben wir ausgeschlossen. So, das Ding, oh, das Ding kann überhitzen. Boah, ist das grafisch geil. Wupp. Ja, steuern. Ähm. Und ja. So, nämlich. Ja, gut. Steuerung ist echt so ein bisschen von... Oh. Fühlt sich wie ein LKB mit Agpa-Planen. Okay, hier ist irgendwo ein Feind, wo? Er hat geschrien. Guckt euch allein mal an, wie, wie hier, also wie aufwendig das oben gemacht wurde. Wenn du auf den Baum achtest, na, hochgucken. Boah, ist schon sehr atmosphärisch. So, hier war nix drin. Gott, die Steuerung. Das soll ein Quatsch sein? Naja, ich weiß ja nicht. Da sind wohl Feinde, zeigt er mir auf der Minimap. Und ja, Sound ist auch Wahnsinn. Der wurde auch extrem gelobt und ich verstehe, wieso. Jo. Ich hab aber jetzt Sound von links gehabt. Warum? Das ist doch nix zum Sound. Warum schießt ihr selbst, wenn ihr mich nicht seht? Das ist ja Grafik der Überhammer. Ist das ein Grafikblender? Na, was? Da. Okay, okay. Das ist auch. Ah, das ist mein Leben hier, das hat. Das ist das Hat mit drin. Geil, geil, geil. Ähm. Ja. Ja, also das Beschleunigen ist sehr träge und das Abbremsen ist nochmal träger. Jo. Ich hänge. Genau das, ja, das Hängen wurde auch beschrieben. Das du halt sehr oft hängst. Kann ich den locken? Okay. Ähm. Ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Habe ich mal meine Fähigwaffe eingesetzt. Die normale Standardwaffe, hier auf X, ne? Das Schießen. Ähm. Kann. Ich hänge. Ich hänge. Okay, cool. Ich spiele ja die Playstation 1 Spiele chronologisch durch und guckt euch allein die Grafik an im Vergleich zu anderen Spielen. Ich werde es auch gleich mal ausprobieren mit dem Joystick. Ja. Da hast du hier Joystick-Steuerung schon. Sag mal. Das ist krass. Dadurch, dass ich jetzt halt nur Playstation 1 Spiele spiele und halt nicht modern irgendwie PS4, PS5, ähm, habe ich das Steuerkreuz so drinne, weil es gab es ja am Anfang der PS1 nicht. Das Joystick für mich total ungewohnt ist. Wow, 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 wow. Geil. 80 Gegnertypen, ne? Oh, krass. Ich muss überlegen, bei Final Doom haben sie einfach, ja, Doom 2 recycelt. Keine neuen Gegner, gar nichts. Zumindest auf der PS1. Oh, da ist einer hinter mir. Ich hänge schon wieder. Der ist da hinter mir. Ey, der Sound taunt nicht hin. Das war ganz krank Geräusch hinter mir. Bist du Freund, bist du Feind? Bist du ein Boss, oder was? Ah, ich habe dich, glaube ich, eingesammelt. Jo. Ähm. Okay, ich sehe Feinde. Ich sehe Feinde auf mich zuflingen. Oh, okay. Komm mir ganz schön nah. Ähm. Ich hänge. Ja, komm, das ist hier blöd mit der... Frag mich nicht, wo ich bin. Ich weiß das nicht. Okay, er zeigt mir keine Feinde mehr an. Das rechts ist halt... Äh, rechts zeigt dein Gegnertyp an. Ach, komm, ich gehe hier mal runter. Ich hänge, ich hänge, ich hänge. Ich wollte ja eigentlich versuchen, runter zu gehen. Ach so, geht gar nicht. Hä, warum komme ich hier nicht runter? Okay. Dann hängst du halt auch erst mal fest. Geil wäre jetzt noch, wenn du rauszoomen könntest. Okay. Vielleicht muss ich hier einen anderen Weg gehen. Ach, warte, hier. Hier ist schon was offen. Äh, ich meine die Steuer... Ich drücke gerade nach rechts. Geht nicht. Okay. Okay. Ich glaube, hier kommst du nicht runter. Ey, das ist... Äh, Steuerung ist wirklich miserabel. Ganz, ganz schlecht Niveau. Knabbert da schon wieder einer? Warte mal, da geht's hier lang. Freund oder Feind? Oder Item? Okay. Leben. Was ist das für ein Sound? Schade, ey. So genial gemacht, das Spiel. Äh, die Steuerung... Ist so demotivierend. Einen Boost hätte ich mir noch gewünscht. Ich meine, du hast auch ein klasse Level-Design und alles. Arsched. Vor allem richtig schön atmosphärisch. Komm. Jo. Wo kamt ihr denn plötzlich? Gott. So, was machen die Diamanten nicht auffüllen? Ist da ja einer hinter mir? Ich würde mich ja umdrehen, aber... Ich hänge... Ich hänge... Ich hänge... Ist der tot oder was? Oh. Okay, die Dinger sind anscheinend nur Nahkämpfer. Ja. Mit der Waffe muss ich aufpassen, wie überhitzt. Jetzt. Ah, komm. Ah, ich wollte nicht nach vorne. Gezierte Schüsse. Macht er da? Ruhe Pause. Okay, cool, cool. Was haben wir denn hier? Uh. Ah, neue Waffe. Nee, oder Waffen-Upgrade. Nicht, dass du mich berührst und dann ist die Waffe weg. Ah, Steuerung. Das ändert aber an sehr, sehr frühe PS1-Spiele tatsächlich von der Steuerung. Ich hänge... Ich hänge... Ja, also es macht eigentlich mega Spaß, aber... Das ist halt blöd, immer so ein LKW mit Plattenreifen. Und Aquaplaning. Licht. Mega Level-Design. Du kannst halt gar nicht meckern. Ja, vor allem schießen die direkt und du hast halt wirklich keine Möglichkeit, irgendwie wegzukommen. Schrecklich. Schrecklich. So, was seid ihr hier? Sieben Welten gibt's. Wie ich finde, den Level habe ich gerade vergessen. Sieht so aus, als wäre es ein Feind. Nee, das habe ich nicht. Ach so, das da... Nee, keine Ahnung. Also das Spiel... Werde ich nicht durchspielen. Also es kriegt extrem viele Aufrufe. Aber... Schade. Alles geil. Alles richtig gut. Auch wie die Gegner kommen und alles. Echt nur die Steuerung. Macht alles kaputt. Ich hänge halt schon wieder. Und die Geräusche sind so krass von den Viechern. Was? Dacht alles weg hier. Da war da aber auch einer. Weißt du, würden die Dinger so halb so schnell fliegen. Könntest du ja auch noch sagen. Okay. Beschissene Steuerung. Aber geht. Okay. Hört ja auch. Schange? Alter. Da ist doch noch einer hier, oder? Nein. Unglaublich. Auch das Schadensmodell und alles. Klasse. Kannst gar nicht meckern. Oh, kann ich auch schon machen. Äh. Was war das? Waren das? Wie viel Mühe, die sich gegeben haben. Was? Wo? Unten. Okay. Ja. Ich bin schon mal. Genau. Sag mir doch, wie ich herunterkomme. Bin jetzt eigentlich alle Wege abgefahren. Kann ich eine Karte öffnen? Auf Select, oder? Okay. Okay. Weiter. Weiter. Missionen? Fragezeichen. Ich höre halt immer nochmal Gegner. Ich sehe keiner. Vielleicht hat sich jetzt hier irgendwo was geöffnet. Ich höre halt aus mit der Steuerung. Volle Kanne. Ne, okay. So ein geiles Spiel. So verschwendet. Es ist Wahnsinn. Aha. Bist du hier? Die Hand Gottes. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Oh, okay. 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 Oh, yeah. Aber ich meine, also mich ärgert das wirklich extrem. Wie kannst du so eine geile Grafik, so ein geiles Gameplay an sich abliefern? Also ein Level Designer, den würde ich anbärmen zu dem Zeitpunkt, ne? 97, Ende 97. Wird aber definitiv den, der für die Steuerung zuständig war, den, also ich meine. Nie wieder, nie wieder ein Job in der Spielebranche. Nie wieder. Kann vielleicht Wimmelbildspiele machen. Selbst da sollte er dann nicht für die Steuerung zuständig sein. Ach, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr an das Ding zu steuern gerade. Mega cool eigentlich. Ja, wünsche euch einen wunder, wunderschönen Abend. Wir spielen alle Playstation 1 Spiele an und auch einige durch. Wenn es gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Und bis dahin.